Die PUSHMED Ellenbogenbandage bietet eine stufenlos einstellbare Extensionsbegrenzung am Ellenbogengelenk. Benutzen Sie die Endstücke der Versteifung, um die Bandage über Ihren Arm zu ziehen. Wechseln Sie linkes und rechtes Ende der Versteifung ab, um sicher zu gehen, dass die Bandage symmetrisch auf dem Arm sitzt. Die Bandage sitzt richtig, wenn Sie den Knüchel des Ellenbogens in der Öffnung spüren. Heben Sie Ihren Arm, um den Reißverschluss zu sehen und ihn zu schließen. Schließen Sie das nichtelastische Band hinter dem Oberarm. Verwenden Sie die nichtelastischen Bänder, um die gewünschte Dehneinschränkung festzulegen. Je mehr der Klettverschluss Richtung Hand befestigt wird, desto mehr wird die Dehnbewegung des Ellenbogens eingeschränkt. Auf Wiedersehen.